Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zur Bewertung bzw. mein Fazit meiner Meinung zu Uncharted 1, 2, 3, ich hab mit dem Namen schon die ganze Zeit Probleme, Nathan Drake Chronicles, also praktisch 1, 2 und 3 ist hier drin, ich habe mit euch 1 gespielt, ich habe mit euch 2 gespielt, ich habe mit euch 3 gespielt, ich möchte jetzt aber gerne noch zu den einzelnen Menüpunkten was zeigen und dann meine Bewertung abgeben, ihr seht ihr praktisch, wir sind jetzt bei 1 drin, jetzt haben wir hier Optionen, die Optionen sind für alle gleich, und hier haben wir den Norboni, so, dann haben wir die Storyfilme, dann haben wir Belohnungen, ein neues Design haben wir hier zum Beispiel Ach, das kann im Hauptmenü nicht aktiviert werden Also wir haben hier 2, 2 Outfits haben wir, Waffen, oh, was haben wir hier, 9mm, hier haben wir auch was neuet, Galerie, mal gucken wo hier was ist Alter Schalter, da sind aber ganz schön Viele, achso, das war das, ach so Konzept hier, also das ist das erste Ach, dann finde ich aber gut, dass sie das überarbeitet haben, damit sie die nicht so gelassen haben Feineinstellungen, ja, das haben wir ja schon Spiegelwelt So Und dann Gehen wir mal Titel Gehen wir auch zu 2 Wir haben dann halt ein bisschen Ladezeit, weil wir jetzt von 1 in 2 wechseln, logischerweise Aber da seht ihr schon, da ist der Dolch Und dann sind wir jetzt im Menü von 2 Da haben wir hier auch Kapitel Neues Spiel, Laden, Boni, Boni wollen wir So, da haben wir hier die Storyfilme Dann haben wir hier die Belohnungen Oh, was haben wir hier, 1 von Freigeschaltet Objekt Kann man das auch angucken? Ne, kann man nicht Straßenkleidern, ok Waffen haben wir auch hier eine freigeschalten Hier haben wir nichts Galerie haben wir auch nichts Haben wir auch nichts Ja So Und dann gehen wir nochmal bei 3 Reihen 1 und 3 Ihr seht, man hat hier auch Haufen, was man auch sammeln kann Auch von den Klamotten her Ich habe mir jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit auch die nicht jetzt irgendwie verändert oder so Ich habe im Rennenspiel, habe meine erste Erfahrung mit euch zusammen aufgenommen Nicht so schön Und jetzt haben wir hier, seht ihr ja, das sieht jetzt anders aus Die Wüste Das Bild sieht schon ein bisschen klarer aus Also das Menü Das ist halt jetzt der aktuelle Titel 3, der neue, der kommt ja erst Und da haben wir hier auch wieder Boni Da haben wir Story Dann haben wir hier die Storyfilme, die wir freigeschalten haben Dann haben wir die Belohnungen Dann haben wir hier 1 von 8 Ja, können wir auch wieder nicht angucken, wa? Waffen Dieses Objekt kann nicht aktiviert werden Achso, jetzt haben wir ja noch nicht freigeschalten Galerie haben wir auch nicht Galerie sieht hier echt klein aus Hier nur 6 Konzeptkunstarten Okay Also hier ist wohl am wenigsten bei den Bildern drin Das Wichtigste ist jetzt eigentlich des Designs und die Waffen Da haben wir dann hier halt Elefantenshirt Pogo Shirt Ja, ihr seht, Uncharted 3 Kino Event Hemd A E3 Shirt Also hier sind wirklich viele Sachen mit drin Die wir uns freischalten können Und uns den nächsten auch noch anpassen können Ja Ja Gehen wir mal In Nochmal in 2 Also ich find's gut, dass man hier so viel zum freischalten und alle drum und dran hat Ich wollte Ich wollte, ihr hättet das auch am Anfang von jedem Part machen können und euch die Belohnung zeigen können Aber Ich wollte lieber erstmal ein bisschen spielen und dann seht ihr ja, da hat man dann auch ein bisschen Klamotten gekriegt und Ähm Was weiß ich alle gekriegt und Sonst wäre der überall 0,0 Aber wir gehen jetzt einfach mal in 2 und dann gucken wir uns das mal so ein bisschen an So Jetzt gehen wir auf Boni Belohnungen Designs Aktivieren Der hatte wir schon an Und die erste Das sind die Schätze, die ich gesammelt habe Und hier haben wir schon eine Statistik Und hier haben wir schon eine Statistik Also finde ich schon mal So Und Zurück zum Hauptmenü Jetzt machen wir nochmal 1 Da hatte ich glaube ich 2 Sachen Ich dachte aber Ich dachte hier bei 2 habe ich schon 2 Sachen Also hier kommt wirklich, ihr könnt eure Sammelwut auslassen Ihr könnt Straßenkleidung sammeln Konzeptkunst und so Weil ich kenne ja ganz viele Die stehen ja total drauf im Spiel irgendwas freizuschalten zu können Und ähm Sich das dann Danach dann in Ruhe anzugucken Die wollen dann halt das komplette Spiel Nicht nur Platin haben Die wollen dann halt wirklich alles haben was man im Spiel kriegen kann Ob man es braucht oder nicht Ja Aber das finde ich gut So Boni Belohnungen Designs haben wir neu Und Waffen haben wir neu Und Galerie haben wir neu Wir gehen auf Designs Und So ein So ihr seht hier hat er dann jetzt Diesen Taucheranzug an Und wenn ich dem jetzt Das anziehe Äh Dann hat er So ein Naughty Dog T-Shirt an Sehr cool Naughty Dog T-Shirt Na das finde ich gut Das werde ich ihm erstmal anlassen So, was haben wir denn noch Belohnungen Waffen Ist deaktiviert Wo haben wir denn die hier aktiviert? Hallo Achso, die ist bestimmt eben Story mäßig hier Und ihr seht So schnell hat er Neue Sachen an Können wir denn er schießt bitte Ne Seht er Und sieht doch auch gut aus Alles sehr realistisch So Aber jetzt würde ich sagen Oh, das ist auch ein geiles Bild Das ist doch Das ist doch richtig geil So Hoppala Werden wir mal hier Wieso guckt denn der Wieso guckt denn der Immer nach rechts der Vogel Achso, wie ich den linken Analog Stick mache So So Ich finde das ein geiles Bild So Dann würde ich jetzt sagen Gebe ich mal mein Fazit ab Ich habe es ja schon bei Teil 1 gesagt Wo wir Teil 1 gespielt haben Dass ich das eine sinnvolle Alternative finde für die Leute Die jetzt keine Playstation 3 hatten Weil ich kenne auch einige die sind von Xbox auf PS3 gewechselt Weil die PS3 nun mal das stärkere System momentan auf dem Markt ist Da kann man sich auch drüber streiten Einige sagen Ne Andere sagen ja Aber ist nun mal so Rein von der Hardware her Und ist die Playstation halt nun mal die bessere Konsole auf dem Markt Und die meisten Xbox Spiele die jetzt auf den Markt kommen Die sind alle 900 zu Visigwatt Ja und die Playstation halt direkt 1080p generell Das ist doch schon mal positiv Für die Leute ist jetzt so eine Collectors Edition richtig geil Für mich ist sie jetzt geil In dem Augenblick Weil ich habe ja 1 habe ich nicht Aber 2 habe ich Und 3 habe ich Spiele momentan meine Playstation 3 aber gar nicht mehr Oder so gut wie gar nicht mehr Weil ich den Controller scheiße finde Ich habe mich so an den Playstation 4 Controller gewöhnt Den haben sie so schön überarbeitet Und ja da bin ich ein bisschen verwöhnt dadurch Und möchte halt nur noch den PS4 Controller in der Hand halten Weil der ist richtig schön ausbalanciert Der ist toll Der liegt geil in der Hand Der ist angenehm Und da ist so eine Collectors Edition natürlich für mich der Vorteil Ich kaufe mir ein Spiel Habe 3 Spiele drauf Und kann wirklich 1, 2, 3 durchgängig spielen Und ich kriege die komplette Story von Anfang bis Ende mit Für die Leute die halt von der Xbox kommen Die kennen ja Uncharted nicht wirklich Für die ist es halt deswegen auch interessant Weil dann brauchen sie sich keine PS3 kaufen Für mich eher wegen dem Controller Und weil alles auf einer gebündelt ist Ich habe nicht 3 Spiele rumliegen Ich habe ein Spiel mit allen dreien drauf Und kann komplett die Story durchzocken Und bin gewappnet für den 4. Teil der ja demnächst kommen wird Deswegen finde ich es gut Ich finde die Grafik haben sie nochmal einiges verbessert Und auch für hübscht Die Spielmechanik ist meiner Meinung nach die gleiche wie auf der PS3 Die war auf der PS3 schon klasse Die ist schon auf der PS3 flüssig, locker von der Hand gegeben Also wenn ihr einen Shooter oder so ein bisschen schon gespielt habt Das ist alles innovativ, instinktiv Also mit X springen und klettern und dann rüber und hast ihn gesehen Und r1 zum schießen und so Das ist alles wirklich stinknormale Steuerung Die haben da nicht irgendwelchen neumodischen Kack drin gemacht Das Touchpad ist gut integriert für diesen Terminplaner Macht er den jetzt aufwendig jetzt hier Hat er den? Achso, den hat er hier ja nicht mit bei Ne, hier hat er nicht bei Bei den anderen Folgen hat er Und ist jetzt nicht überflüssig Das haben sie gut und sinnvoll eingebunden Also für mich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung Für Leute die ein Teil oder beide Teile oder drei Teile noch nicht gespielt haben Und jetzt am überlegen sind wegen Uncharted 4 Und aber die Story mal mitkriegen wollen Auf jeden Fall das Wer 1, 2, 3 schon gespielt hat auf der PS3 Und jetzt nochmal ein bisschen Also meiner Meinung nach ist es aufgehübscht ein bisschen was Noch mal spielen wir mit ein bisschen aufgehübschter Grafik Und mit einem vernünftigen Controller an der Hand Und einfach nochmal das Feeling haben Bevor auf der PS4 das neue kommt Und vielleicht nochmal ein paar Trophäen holen Für die ist das auch empfehlenswert Also die Story ist geil Wie gesagt ich habe 3 gespielt Ich habe leider 2 und 1 2 habe ich hier aber ich habe mit 3 angefangen gehabt Und habe mir dann Wo ich bei 3 ziemlich weit vorne war Habe ich gedacht Ja jetzt holst du doch mal 2 1 wollte ich mir dann auch noch holen Dass ich die komplette Story dann mal mitkriege Weil hat mich dann schon gewurmt Bin aber nie dazu gekommen die komplett durchzuspielen Jetzt auf der PS4 werde ich es bestimmt mal machen Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung Es macht riesen Spaß Die Charaktere sind schön Die Story ist toll Grafik ist toll Da ist halt PS3 Grafik aufgehübscht Das müsst ihr euch im Klaren sein Das ist keine reine PS4 Grafik Also darüber müsst ihr euch im Klaren sein Das ist nun mal so Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung Ja das soll es jetzt soweit auch schon mal dazu gewesen sein Wenn ihr da noch Fragen habt Einfach in die Videobeschreibung Kein Problem Wenn ihr schon Wenn ihr Uncharted 1, 2 und 3 gespielt habt Und jetzt meine Videos gesehen habt Könnt ihr auch gerne runterschreiben Ob die Grafik euer Meinung nach aufgehübscht wurde oder nicht Oder ob die einfach nur 1 zu 1 Importierung ist Ja weil wie gesagt ich habe 1 und 2 nicht gespielt Ich habe nur 3 gespielt Und das ist ja eine Weile her Das war vor Ich rechne ja immer in Assassin's Creed Spielen Ihr fühlt das 2 oder 3 Assassin's Creed Spiele her Mit Rogue natürlich Also vor 2, 3 Jahren Also 3 habe ich das Spiel kurz nachdem es rauskam Und dann kam wieder irgendwas Was ich mir gehofft habe Was ich dann danach gespielt habe Und dann bin ich wieder nicht dazu gekommen 3 zu spielen Ich weiß es aber auch nicht mehr was So Aber ja das soll jetzt soweit gewesen sein Ich verabschiede mich Ich freue mich Ich bedanke mich bei euch für Zusehen Über den Daumen hoch würde ich mich freuen Wie gesagt über Kommentare freue ich mich sowieso immer Ich verabschiede mich jetzt Ahoi Sagt euer Odin Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal